Punkte möglicherweise jetzt virtuell und boom Zer Zaljovic, 1 zu 0 Offenheim. Die Mannschaft von Gisdol scheint zu marschieren. Rot gibt's noch, was ist denn da los? Was ist denn da jetzt los? Also da müssen wir doch nochmal ganz genau drauf gucken, da gab's wohl noch ein Gerangel. Keiner weiß was. Zaljovic. So, wir gucken mal in die Ausführung, da ist alles okay. Ja, da kann ich jetzt noch nicht so schrecklich viel erkennen.